hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel und damit fängt es an drücke an der taste haben wir das spiel heißt last bus home der letzte bus nach hause und wir lassen uns mal überraschen ich habe es wieder sehr laut auf den ohren noch drei minuten kann ich irgendwas springen nein ändert sich die zeit was muss ich denn tun ich muss doch jetzt nicht drei minuten warten gar nicht ins feld guten tag nur eine person die auf den bus wartet zwei minuten da kann man her müssen wir sachen auslösen das meine schritte hallo warum bist du heute abend draußen du willst nicht reden oder jetzt redest du mit mir wie wärs damit da ist eine flasche bier die ich hab vielleicht kann das deine meinung ändern ihr kinder scheint es heutzutage zu lieben wir sind wir sind jetzt vermisst und unser körper wurde niemals gefunden weil wir von allen fremden ein bier gedrungen haben liebe kinder ich hoffe ihr guckt dieses video nicht außer ihr seid über 16 und egal in welchem alter nimmt niemals von fremden getränke an oder andere dinge fremde sind fremde und das kann sehr böse ausgehen und das kann sehr böse ausgehen bis er dann vielleicht kommt da hätte ich jetzt erst hier drücken müssen noch drei minuten und nochmal im kreis wieso steht er jetzt auf einmal da nur eine person die auf dem bus wartet zwei minuten noch ok können wir uns noch ein bisschen hier straße und jetzt angucken ich finde das gut dass das hier nicht so graddänig ist so wie sagen die rüsten sind schief hey kind warum bist du heute draußen verdacht das geht dich den scheiß dreck an du bist kein großer redner oder jeden moment kommt der bus nee ich rede nicht mit dir du bist ein fremder wie wärs damit hier ist ne flasche bier die ich hab vielleicht ändert das deine meinung nein nee 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 ich warte auf den bus nee du machst einen fehler ist mir egal zweites und drei enden du hast es sicher nach hause geschafft ok aber wie kriegen wir das dritte wenn ich den bus nicht nehme schon wieder an komische geräusche in meiner richtigen umgebung zu hören also ich fand das zweite ende jetzt am besten was hat er da in diesem feld gemacht nur eine person die auf dem bus wartet in zwei minuten kommt der bus geht er von alleine rein ja la 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 wir raten auf den bus na willst du nicht mit mir reden fremder man also ich kann mir sonst vorstellen dass das dritte ende ist das wir nicht den bus nehmen ah jetzt redest du mit uns hallo hallo junge du bist nicht der große redner oder hier guck mal ihr habt eine flasche bier ja ich glaube nicht dass mich das zum reden bringt ich glaube eher dass mich das zum schweigen bringt ich weiß du willst es nein geht geht und geht 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 Nee. ich steig da nicht ein kann ich auch mal fahren werden willst du da nicht einsteigen das geheime ende muss es vom bus überfahren absolut tragisch aber das ist nicht das dritte ende noch drei minuten verbleiben wie geht denn das dritte ende hallo warum kommst du nicht das schon gut gemacht ne und voll der fiese platz für eine boss halter stelle zu dunkeln wobei ich fände tatsächlich noch schlimmer wenn hier so ein häuschen drumherum wäre da ist man zwar geschützter also aus dass wir ein häuschen aus glas aber auch wenn das sehr gruselig weil du siehst hier gar nichts und da auch so ich also ich würde irgendwo also erst mal wirklich gar nicht um bus warten ich würde laufen oder fahren also jetzt zu der zeit wirklich auch nicht mehr laufen und ich würde irgendwo hier auf dem bus warten im dunkeln sollten also am besten in der mitte sollten autos ja nicht anhaben und dann könnte ich ich würde mich wahrscheinlich wie so ein psycho annauernden kreis drehen und gucken ob nirgendwo jemand ist ich hätte voll paranoia nein ich möchte dann wir nicht ich möchte dann wir nicht ich möchte dann wir nicht Bleibt in der Bus. Soll noch hier einen Moment hier kommen. Ich mache einen Fehler, das brauche ich nicht. Das ist der letzte Bus. Ja, aber den haben wir ja schon mal genommen. Ich kann ihn auch nicht mehr anklicken jetzt. Oh, er fährt tatsächlich. Hehehe, hallo. Warum hat er den Bus nicht genommen? Können wir nach Hause laufen? Upsi, du bist gestorben. Sein Körper wurde am nächsten Tag gefunden. Okay, drei von drei enden und ein Secret-Ending. Ja, das war dann mal eine kurze Folge. Und ja, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das war's dann. Ich bin ganz bereit.